Hier sieht man mal was, und das sieht man jetzt auch nicht jeden Tag, und wer ich hier pflücke, erzähle ich so ein bisschen, ein richtiges Massenvorkommen von diesen langstieligen Knoblauchschwindlingen. Nun, das ist ein sehr, sehr guter Schwurz- und Speisepilz. Man muss wissen, man sollte sie nicht mitessen und etwa nur, ja, vielleicht einen auf ein Kilo Fleisch geben. Ich trockne die und lege mir mit denen ein Wintervorrat an. Ihr habt das sicher schon in meinen Videos gesehen, das sieht man relativ häufig, weil ich es jedes Mal mache. Denn jedes Mal nehme ich mir eine Hand voll mit. Im Moment sieht das einfach nur schön aus. Schaut euch das mal an. Also ihr seht, das ist jetzt echt kein Hexenwerk, die zu pflücken. Die Stiele mache ich in der Mitte ab, das hat einen guten Grund. Die kann man dann hinterher schlecht beim Trocknen, hupsala, wieder herausfischen. Und die sind dann sehr brüchig. Das heißt, eigentlich interessiert mich mehr so der obere Drittel und der Hut. Und das hat auch was damit zu tun, dass die sonst schlecht in die Gläser passen. Nun, wie gesagt, ein toller Pilz, der nach Knoblauch riecht und auch ein wenig schmeckt vor allen Dingen. Und was bei denen wirklich schön ist.